Ich bin das einzige Einhörm, das es gibt. Aber wo sind die anderen? Ich muss sie suchen. Was soll aus der Welt werden? Was wissen die Menschen schon? Nur weil sie eine Weile keine Einhörner gesehen haben. Heißt das doch nicht, dass wir verschwunden sind? Es hat nie eine Zeit ohne Einhörner gegeben. Ich bin so alt wie der Himmel, so alt wie der Mond und die Sterne. Viele Menschen halten uns wie weiße Pferde, denn nur denen sind sie sichtbar, die Glauben, Liebe und Hoffnung lieben. Das eine begibt sich auf die Suche. Das ist ein Geld. Und es ist ein Geld. Untertitelung des ZDF, 2020